Und wo kommen meine Zwergobzlönen her? Lähn, Burghausen, Heidhausen, Neuhausen. Ein Intervaterreiter kommt, Neuhausen gegen Lähn und 25 im Irak. Sie sind der Pfeifen? Sie sind doch mal fürchtig da drüben. Okay, noch mal wieder. Ich denke an dich. Ich treibe vor dir. Ich kann alles treiben. Schüsse ist ja, du musst Pfeifen nochmal schüsse. Nicht bloß alle rumholen. Ein typischer Damenbock von Freiber werden erst richtig, wenn sie nahe schärmen. Das haben wir noch nicht. Das sind nicht jung. Das war eine Frau und die wollen den selben Mann verhören. Das wäre nicht vergaulich. Oder eine Schwiegermutter gegen ihren Schwiegersamm. Oder ein Ehepaar kurz vor der Scheidung. Da ist der Wachschild. Das ist in der Pfeifen letzter Angriff. Die Karte, bevor eine Langeweile sterben. Unbedingt muss man bobschen. Das ist beendet. Sieger war der Schützerinster, der was cool ist. Ich freue mich. Vielen Dank.